In Neukölln wurden die Schulbescheide erstmals in einfacher Sprache verschickt, um die Verständlichkeit für Eltern mit geringen Deutschkenntnissen zu verbessern. Diese Initiative, angestoßen von der Schülerhilfe Maya und dem Bildungsverbund Schiller-Kiez, wurde von Bezirksstadträtin Karin Korte unterstützt und umgesetzt. Die Maßnahme zielt darauf ab, Missverständnisse zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle Eltern wichtige Informationen zur Schulplatzvergabe korrekt verstehen und entsprechend handeln können. In Berlin haben etwa 14 Prozent der Erwachsenen Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben, was die Bedeutung solcher Maßnahmen unterstreicht. Das Dialogforum Airport Berlin-Brandenburg fördert eine neue Radverkehrsverbindung von Berlin-Grünau über Eichwalde nach Zeuthen, mit 18.000 Euro aus dem regionalen Entwicklungsfonds. Bezirksstadträtin Dr. Claudia Leistner und Bezirksbürgermeister Oliver Igel betonen die Bedeutung dieser Förderung für die Fahrradinfrastruktur und die regionale Zusammenarbeit. Das Projekt ist Teil eines umfassenden Handlungsprogramms zur Förderung nachhaltiger Verkehrswege in der Flughafenregion. Für den Ausschuss für Partizipation und Integration der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf werden aktuell interessierte Personen für das Amt der Bürgerdeputierten gesucht. Bürgerdeputierte sind sachkundige Bürger, die stimmberechtigt an der Arbeit des Ausschusses teilnehmen. Um Bürgerdeputierter zu werden, muss man nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben und man muss auch nicht einer Partei oder Organisation angehören. Vorschläge müssen von Migrantinnenorganisationen kommen, die auf der öffentlichen Liste des Senats von Berlin stehen. Nach den Sommerferien beginnen viele junge Menschen ihre Berufsausbildung oder stehen kurz vor dem Abschluss. Um sie bei Fragen rund um Ausbildungsinhalte, Übernahme und den Start ins Berufsleben zu unterstützen, laden die Beauftragten für gute Arbeit der Bezirksämter Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg zum Azubi-Stammtisch ein. Dieser findet am 9. Juli in einem Café statt und bietet neben Getränken und Snacks wertvolle Informationen sowie Austauschmöglichkeiten für Auszubildende und Praktikanten. Am Freitag erfolgte die feierliche Übergabe des Schlüssels für das Archäologische Haus am Petriplatz an das Landesdenkmalamt Berlin und das Museum für Vor- und Frühgeschichte. Das Haus wird zukünftig Berlins frühe Stadtgeschichte präsentieren und archäologische Funde ausstellen, die bei Grabungen zwischen 2007 und 2009 entdeckt wurden. Das Projekt bietet professionelle Arbeitsplätze für Archäologen, Ausstellungsräume sowie Seminare und Veranstaltungen. Die Lebensmittelaufsicht des Ordnungsamtes Reinickendorf hat einen Speisenlieferdienst überprüft, nachdem eine anonyme Verbraucherbeschwerde über lebensmittelbedingte Erkrankungen eingegangen war. Vor Ort wurden schwerwiegende Hygienemängel festgestellt, darunter stark verschimmelte selbsthergestellte Teigwaren und Schimmelbildung auf Kunststoffplatten. Aufgrund dieser Funde wurde der Betrieb vorübergehend untersagt. Nach einer intensiven Reinigung und Behebung erster Mängel konnte der Lieferdienst am nächsten Tag den Betrieb wieder aufnehmen. Weitere behördliche Maßnahmen sind noch zu erwarten. Die Polizei Berlin veröffentlicht Bilder im Zusammenhang mit einem Raubüberfall, der sich am Sonntag, den 25. Februar, ereignet hat. Gegen 20.10 Uhr betrat ein Mann eine Tankstelle am Zabelkrügerdamm in Weidmannslust. Unter Vorhalt einer Pistole zwang er den Mitarbeiter zur Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Gesuchte mit der Beute in eine Einkaufstüte über die Schluchseestraße in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet dringend um Mithilfe der Bevölkerung bei der Identifizierung des Gesuchten. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben, ca. 20 bis 25 Jahre alt. Ca. 185 cm groß, schlanke Statur. Schwarzes Tuch vor Mund und Nase. Graue Adidas-Kapuzenjacke, schwarze Hose, helle Nike-Schuhe. Schwarze Pistole. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Dienstag zeigt sich der Himmel bedeckt, bei einer Tiefstemperatur von 13 Grad. Am Dienstag ist es überwiegend dicht bewölkt, aber es bleibt trocken, bei einer Höchsttemperatur von 15 Grad. Das war aus Berlin, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Das war aus Berlin, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.